Bumps & Jumps 2022, der 19. März, die Sonne scheint uns ins Gesicht und es könnte schöner nicht sein. Von der dreijährigen Dame bis zum 50-jährigen Familienvater, alle waren es mit dabei, ganz egal ob in der Buckelpiste oder drüben am Riesenairbag. In der Jury war es echt schwierig zu entscheiden, wer da gewinnen sollte, weil es waren so viele tolle Leistungen. Es ist richtig knapp hergegangen, wer da gewinnt und ja, es schaut sehr super sicher für die Zukunft aus. Wir haben heute ein Airbag da und die Kids springen alle mal drüber. Wir versuchen coole Tipps zu geben, neue Grabs zu lernen. Heute haben schon einige einen Backflip gelernt. Die Motivation ist richtig groß, die Kids haben Spaß. Ich bin heute zum ersten Mal zum Airbag gesprungen, war cool, hat Spaß gemacht und habe zum ersten Mal ein Backflip gestanden. Der Grund, warum wir das gemacht haben, ist denkbar einfach. Es geht um Sport und Freude und Leidenschaft und das mit perfekten Partnern umzusetzen. Unser stärkster Partner ist natürlich Kitschi. Ohne den wäre es nicht möglich gewesen. Eine ganze Woche haben wir hier investiert, quasi im Buglikistenaufbau und im Schanzenaufbau. Ich glaube, man kann es sehr gut beim Hintergrund erkennen. Ja, vielen Dank von meiner Seite. Es war ein toller erster Event.